Wie konnte unsere Familie zum Mittelpunkt der True Crime Story des Jahrzehnts werden? Selbst hier in Salem kennen wir nicht alle Geschichten. Hätten sie uns alles erzählt, was passiert ist, hätte mein Bruder das Messer vielleicht dort gelassen, wo er es fand. Ich weiß, was wir jetzt tun. Ja, und ab. Wir gehen jetzt auf die Party. Lass sie nicht gehen. Wenn ihr mitspielt, lasse ich euch auf eure Party gehen. Und ruf Mom nicht an. Okay, Joe, was wollen wir spielen? Ist das da etwa ein Messer? Mein Gott, Joe! Okay, ich belohne es. Du solltest das Messer zurücklegen. Game over, Joe. Okay? Sie sollen mit dir spielen. Marcus, kommst du mit? Ich bleib hier. Ihr könnt gehen. Oh, wer hat denn den Clown eingeladen? Das für ein Idiot schnitt sich ein X in die Rübe. Du gehst jetzt, okay? Markus, was soll das hier? Markus. Wieso tust du das? Weil es. Ihr sollt. Spielen. Zeit ist zu spielen. Und zwar verstecken. Markus, der bringt alle um. Er hat total irre Augen und wollte mit uns verstecken spielen. Er ist nicht er selbst. Wir müssen ihm helfen. Das ist total krank. Ihr sollt. Spielen. Es endet. Wenn Daniel gewonnen hat. Was ist, wenn wir gewinnen? Ich will spielen. Ich will spielen.